Weil die Quraysh haben auch gesagt, Allah bringt den Regen, Allah versorgt dich von oben und unten und so weiter und so fort. Obwohl, das ist schon heute verloren gegangen, ne? Tuhid-Rubbiya, also dass jemand daran glaubt, dass Gott ihn versorgt, ist verloren gegangen, oder? Weil wenn du zum Beispiel zu jemandem sagst, das Mädchen muss auf der Arbeit das Kopftuch ausziehen, da sagt der Vater, nein, was, du willst jetzt die Arbeit kündigen, weil du das Kopftuch nicht anziehen darfst auf der Arbeit? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wie sollst du denn Geld verdienen? La ilaha illallah. Subhanallah. Und wer Allah fürchtet, dem schafft er einen Ausweg und den versorgt er von so, wo er es nicht gedacht hätte. Mensch, hol deine Tochter weg von der Arbeit. Nächste Woche heiratet ihr gut Muslim, alhamdulillah. Nein, du musst erst mal hier. Ich weiß nicht, welche Krankheit das ist. Das ist so eine Krankheit, mit der hat man sich eindeutig hier in Deutschland angesteckt. Die Frau muss erst mal die Ausbildung zu Ende schaffen. Ansonsten kann die nicht mit, um Wallahi. Ansonsten, ja, du musst erst mal die Ausbildung machen. Das heißt, du sagst, nee, Religion erst mal nach hinten, erst mal die Ausbildung. Hey Bruder, wenn, Subhanallah, wenn Allah will, dass deine Tochter den Job verliert, dann wird das jetzt ein Moment verlieren. Mensch, man kann das gegen Allah ausgleichen. Das ist was die Kufaage gesagt haben. Die sagen Allah, wer versorgt dich von Himmel und Erde und wer hat Macht über Gehirngesicht und wer bringt das Tod aus dem Lebendigen vor vor und das Lebendige aus dem Toten und wer legt alle Angelegenheit. Was sagen die Kuffa, die Kureish, was sagt Abulat, die im Feuer der Jahennensinn, Allah! Und was sagen wir? Der Arbeitgeber. Aaudu Billah. Du sagst der Arbeitgeber. Nein, ich vergiss dir den Arbeitgeber. Schaut, wo ist der Tawakul? Und auf Allah vertraut, wenn ihr Gläubige seid. Wo ist Vertrauen auf Allah? Achhi, deine Tochter wird heute ohne Kopftuch zur Arbeit gehen. Und morgen wird sie Michelle oder Stefan oder Peter oder Klaus kennenlernen. Und die wird dann irgendwo in Buxtehude wohnen. Und was weiß ich, Aaudu Billah, in seiner Leben bis zu ihrem Lebensende. Und achhi, du bist dafür verantwortlich. Oh, ihr, wer glaubt, hütet euch selber und eure Familien vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Achhi, wo ist das? Das war erst mal, la ila illallah, guck mal, was wir jetzt hier schon für Probleme haben. Guck mal, wo hier die Probleme sind. Wo ist Tawakul auf Allah? Wo ist, dass man Gott, auf Gott vertraut? Wo? Nirgendwo. Wo ist es? Wo ist die Ozon? O, ich bin hier, wie jetzt auch auf Studios? Wo ist die Ozon? Hä, keine underestimate? Oh, kok. Wo ist hier? Hab, wo ist es? Hemie ich hör, was es schon mal. Begratet zu mir, Geidet zu mir. Vielen Dank.